Der Sturm ist nicht in dir, sondern du bist in den Sturm. Wenn du darauf achtest, merkst du, dass sich alles um uns herum bewegt. Wir stehen mittendrin, wie ein Stein und ein Fluss. Einen Sturm kann man nicht vermeiden, aber die Kraft von dem Sturm kann man benutzen. Untertitelung des ZDF, 2020